ja hallo leute wie ihr vielleicht wisst ist so eine glasscheibe wenn man sie von der seite betrachtet grün das liegt einfach daran dass bei der glasherstellung immer eisenoxid auch anfällt was man nie ganz raus bekommt und wenn ich jetzt von hier aus reinschaue dann schaue ich durch einen meter dann ist das fällt das eben auf dieses eisenoxid schaue ich von hier aus rein schaue ich nur durch 8 mm fällt es mir gar nicht mehr auf und diesen effekt wollte ich einfach mal mit den glasplatten darstellen und das gleiche das ganze dann eben auch mit einem cell fracture verbinden und das ganze sieht dann eben so aus ja der ball fliegt also gegen die scheibe verursacht ein paar risse beim weiteren fall noch ein paar mehr risse eben fällt dann auf den club und zerspringt und wenn die großen teile zu boden fallen sollen die noch mal in kleinere teile zerspringen und wie man hier sieht immer wenn das wenn die kante des glases zur kamera zeigt ist sie richtig grün und wenn sie weg geneigt wird wird sie immer weißer und so ist es eigentlich physikalisch völlig in ordnung und vor allen dingen die kleinen teile bekommen überhaupt kein grün oder so gut wie keins ist ja auch im echten leben so dass wenn man so ganz kleine glasplatte hat dass sie nicht mehr von der seite grün aussehen wollen man eben zu weit durch schauen kann einfach okay die szene baue ich jetzt mal im schnelldurchgang auf und dann bin ich gleich wieder da bis später so 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 lege ich noch mal eine noise textur dann sieht das so aus ein bisschen rubbeliger und mit dem scale wert von 15 etwa so eine rubbelige kugel dieses brett das können wir auch gleich das wird auf jeden fall nicht mit gerendert ich lasse es im preview nochmal hier stehen so und dann geben wir der scheibe mal ein material use notes gebe ich mal erstmal glas voller weiß wert und wie man hier sieht ich habe hier mal einfach mal mutwillig hier unter light path direct light eingestellt das heißt es ist ja praktisch wie im blender intern dass kaum bounces verwendet werden wie man sieht für die fuß gar keine für glossy nur 1 für transmission nur 2 und dadurch sieht das hier sehr sehr schmuddelig alles aus ne und die kante vom glas ist wieder schwarz weil sich da die ganzen reflektionen drin sammeln auf so einer schmalen kante eines objektes gehen wir hier mal auf limited illumination haben wir schon erheblich mehr bounces das müssen wir bloß einmal mit scrollrad hier drehen bis das aktualisiert wird dann sehen wir auf einmal nicht mehr diese schwarze kante und schon erheblich bessere lichtverhältnisse was ja bei glas sehr sehr wichtig ist dass wir genügend bounces haben die hin und her fliegen eben bis cycles das eben berechnet hat so muss es aussehen wenn wir nicht genügend bounces haben dann kriegen wir immer so ein schmuddeliges bild eigentlich und deswegen gehe ich hier auf jeden fall auf full global illumination dann haben wir die meisten bounces und maximal auch 128 hier für transparenz ist wichtig dann haben wir ein sauberes bild eigentlich schon von anfang an ich habe das preview hier auch mal im sampling auf 64 schon gestellt render und preview auf 64 im sampling so jetzt wollen wir ja diese grüne kante haben dann gehen wir mal in den compositer gehe hier mal in den renderer und auf dem material button für das glas und da gebe ich mal mit add shader ein und gebe hier unten mal mit add shader ja wir können eigentlich auch genau den gleichen hier nehmen und kopieren uns den ach den wollte ich ja nicht kopieren noch nicht shift d den glass shader und geben den hier unten ein und machen daraus mal ein grün im moment haben wir den einfach 50 50 gemischt halb grün halb weißes glas ne und jetzt lassen wir das über das back facing erstmal bestimmen dann der gibt uns für unser objekt für diese scheibe für diesen cube alle daten aus die wir eigentlich benötigen und unter anderem gibt es das back facing das heißt die rückfläche von dem von dem cube von jeder seite aus gesehen diese schmale seite hat eine vorderfläche und eine rückfläche und wenn wir den wert jetzt hier bestimmen wollten dann bleibt das eigentlich fast das gleiche und so will es die scheibe immer noch einfach nur grün liegt aber daran dass er das schon richtig bestimmt wo eine rückfläche ist und wo nicht aber glas strahlt das natürlich durch ist ja transparent und deswegen sehen wir die weiße fläche jetzt nicht weil die grüne von hinten wieder durchstrahlt kann hier mal einfach mit und das mal besser darzustellen gebe ich hier einfach noch mal oder mache ich mal auf dem hier shift s cursor to selected und gebe mal ein plane ein was ja nur zwei seiten hat eine vorder und eine rückfläche und drehe das mal mit r y 90 g z hier hoch so geben wir nochmal den compositor und dann geben wir mal diesen plane das gleiche material dieses jetzt ist die wenn ich den mal anwähle hier das plane und drehe das mit r z dann ist es auf der seite ein weißes glas wie man sieht auf der seite ist das grün das kann hier beim plane gut dargestellt werden weil es nur zwei seiten hat hier haben wir ja wenn man so will ein zwei sechs seiten und die strahlen natürlich immer wieder aus deswegen müssen wir das bei einem voluminösen objekt ein bisschen anders anhand haben das lösche ich mal das plane gehe wieder auf den cube hier so und hier müssen wir das eben anhand der railing die railing sagt aus von der kamera aus gesehen nicht von einer lichtquelle sondern von der kamera aus gesehen das erste bounce wäre hier vorne auf der platte diese länge des strahls von der kamera aus gesehen wird erstmal berechnet beim zweiten bounce wird die länge von dort bis dort berechnet wo der zweite bounce fest stattfindet deswegen ist es auch wichtig dass wir hier genügend bounces überhaupt einstellen um das überhaupt machen zu können deswegen gebe ich mal mit add shader einen lightpath nein nicht shader input einen lightpath ein und gebe nochmal mit add converter math auf einen taschenrechner hier hin den stellen wir auf multiply und dann müssen wir die railing mit dem backfacing multiplizieren wir und geben den faktor hier rein und schon haben wir hier vorne unsere grüne kante und das andere ist eigentlich weiß wird aber noch drüber geschädert und das um das nochmal weg zu bekommen gebe ich hier mal mit shift d noch ein mix shader ein der kommt in den unteren und wieder ein weißes glas in den oberen jetzt ist das schon besser geworden wir haben jetzt ein faktor von 0,5 bei 0 würden wir hier wirklich überhaupt kein grün mehr sehen weil 0 von diesem material ausgegeben wird bei 1 würden wir alles wieder grün sehen oder sehr viel rüber springen auch deswegen lassen wir diesen faktor genauso auch von dem hier oben den wir schon multipliziert haben angeben dann haben wir hier eine weiße platte und nur die kante die zur kamera zeigt ist grün wenn ich das jetzt mal drehe ist hier noch gerade so grün zu sehen drehe ich das immer weiter ist auf der anderen seite auf einmal grün von oben gesehen wird hier grün dargestellt hier strahlt natürlich mit transmission auch noch der boden durch aber so funktioniert das sehr gut jetzt muss man natürlich sehen ich möchte ja vielleicht nicht so eine gläserne kante haben wenn man das mal genau anguckt sich so eine scheibe die ist eigentlich schon fast undurchsichtig deswegen gebe ich noch mal ein mix shader ein shift d tue den hier wieder rein und sage dieses glas wird noch mal gemischt mit einem emission add shader emission dem gebe ich auch ein kräftiges grün wie gesagt grün oder grün blau das muss man sich selbst aussuchen das glas ruhig sehr dunkel halten schon durch den emission wird es immer noch wieder ein bisschen mit farbe versehen also der ist hier noch gar nicht drin so ne dann haben wir jetzt noch einen faktor von 1 stehen wenn wir den auf 025 für das emission machen also 25 prozent von dem emission sollen über das glas nur noch gehen dann haben wir eine ganz gute kante hier vielleicht noch etwas dunkler das glas je dunkler es wird umso weniger wird es hier rein transportiert auch ne weil es das licht einfach früher geschluckt wird dann das glas das transparente material sollte nicht zu hell sein ne und diesen können wir auch ruhig noch ein bisschen dunkler machen nachher im video wenn die sich drehen die zerbrochenen teile vor allen dingen ist das sowieso erheblich besser so und das ist eigentlich das jetzt erstmal und wie wir hier auf 0 sehen ich mach mal hier den ich hab da noch ein keyframe drauf gesetzt das steht jetzt ein bisschen sehr komisch i lockrot wird hier immer noch grün rüber geschädert über dem boden zum beispiel und so weiter auch ne das habe ich einfach unterbunden indem ich hier nochmal glasplatte ein mix shader hinter gehangen habe add shader mix shader add shader transparent so und das soll aber nur passieren dass das transparente material rübergelegt wird ist die fuß ray so haben wir wieder hier unsere grüne kannte das weiße glas und hier wird nicht so viel grün rüber geschädert über den boden dann wieder und auf den cube das nächste ist ja will man eine sonne einsetzen mit einer sonne bekommen wir erst überhaupt richtig schatten ich habe hier noch überhaupt keine sonne drin ich gebe hier mal eine ein create sun wobei man durch eine sonne auch wieder machen wir darüber und lassen den mit r hier so durchscheinen damit der cube auch ein bisschen schatten bekommt auch wenn wir ein plane einsetzen nachher als reflektionsfelder machen die ja nicht genügend schatten eigentlich ne aber man sieht aber man sieht jetzt auch dass wir einen sehr starken harten schatten haben ne wählen wir die sonne an kann man auch achso lichter würde ich immer so etwas begrenzen nicht ganz auf eins machen ne lieber ein bisschen weil wir sonst wieder zu viele grainies also fireflies hier rein bekommen auch nachher bei den planes das sage ich aber sowieso noch und das heißt von 0,02 ergibt ja einen sehr harten schatten und glas hat einfach nicht so einen durchgehend harten schatten ne deswegen gehen wir nochmal auf die glasplatte auf sein material noch einen mix shader hier hinter da setzen wir auch einen transparent shader ein ne und der soll aber nur eingesetzt werden wenn es ein shadow ray ist ist shadow ray so dann haben wir jetzt gar keinen schatten mehr von dem glas das wollen wir auch nicht aber das glas hat überhaupt keinen schatten mehr das ist natürlich auch nicht gut wo wir auch gar nicht erst eine sonne einsetzen müssen deswegen geben wir das auf den transparent shader etwa 0,75 0,75 0,75 etwas ins gräuliche ziehen einfach das transparente material dann haben wir hier einen ganz leichten schatten vom glas sieht dann auch glas ähnlicher aus ne ok wie das ganze jetzt überhaupt funktioniert will ich nochmal ein bisschen erklären es ist sehr sehr schwierig das eigentlich zu erklären aber ich versuch's mal also wenn wir hier unsere platte haben und gehen mal in den edit mode und gehen hier in das ist egal erstmal wählen wir mal mit a alles aus und gehen hier mit n im edit mode auf das display hier unten und mesh display dann können wir hier ja einstellen wie die normalen angezeigt werden sollen wir wollen mal jetzt alle flächen anzeigen können wir den bisschen erhöhen hier so dann sehen wir ja die normalen gucken in diese richtung nach außen von jeder fläche aus gesehen das backfacing wird bestimmt wenn wir jetzt mal diese fläche nur angucken also die flächen select modus gehen diese fläche angucken jetzt würde hier ein strahl drauf treffen dann würde er sagen ich sehe die normale der flächen und gebe hier für null aus guckt er sich diese fläche an diese hintere diese von dieser seite aber aus gesehen von der kamera aus gesehen dann würde er der strahl ist hier schon drin im transmission shader sonst im transparent shader meine ich sonst würde das gar nicht funktionieren dann sieht er die fläche von der vorderseite dann würde er für eine 1 ausgeben von der normalen seite aus gesehen von dieser seite aus eine null von der von hier oben wenn die kamera hier stehen würde und würde den strahl hier treffen würde das eine null ausgeben wäre der strahl schon hier drin dann würde es eben eine 1 ausgeben und deswegen funktioniert das bei dem plane was ich hier vorhin gezeigt habe sehr gut weil das hier nur zwei seiten hat aber wenn er hier jetzt eine 1 aus eine null ausgibt der strahl kommt jetzt hier an immer von der kamera berechnet nicht von einer lichtquelle wie gesagt ist meinetwegen 10 blende einheiten lang würde hier eine 10 als ersten bounce ausgeben mal null würde ja null ergeben würde unser weißes material ergeben im mix shader jetzt geht der bounce aber weiter der nächste bounce geht von hier bis hier hinten meinetwegen auf die fläche dann ist die ray lenkt meinetwegen ist die platte 3 meter oder 3 blende einheiten breit 3 mal 1 in diesem fall ne das heißt also er würde eine 3 ausgeben 3 mal 1 ist 3 und würde das grüne material aber nicht hier anzeigen sondern hier weil die bounces noch nicht abgeschlossen sind ne geht ja immer hin und her und er endet praktisch hier auf dieser ersten fläche dann ne und alles andere wenn hier der shader auftrifft das erste mal oder der strahl das erste mal auftrifft würde er auch eine null ausgeben dann geht er aber nur ganz kurz rüber die platte ist hier nur 0,15 dick meine ich sagen wir mal raylenk 0,15 mal 0 ist wieder erst mal 0 sowieso weißes material an der oberfläche shader nach hinten kriegt eine 1 ist auch nur 0,15 dann ne und das gibt ganz wenig grün dann eben nur ne über diese gesamte fläche weg wenn man so will ne so funktioniert das im grunde genommen ist ein bisschen schwierig zu verstehen gebe ich zu aber es funktioniert ja wie man sieht ok dann machen wir mal gehen wir mal auf 1 zurück im numpad frontauto ich mach mal das hier zu das heißt ne ich mach es nicht zu n für diese scheibe wählen wir uns mal hier im objekt modus ein crease pencil aus gehen auf objekt und auf view so jetzt mach ich mal zu und dann gehe ich mit steuerung und 3 auf die ansicht von links und alle anderen objekte blende ich mal aus mit shift und h dass wir nur noch die platte sehen und dann machen wir mit gehaltener d taste hier mal einen punkt hin hier wird der ball das ungefähr das erste mal auftreffen das muss auch nicht ganz genau stimmen so eine leicht nach oben neigende linie und eine nach unten und hier machen wir ein paar mehr hin wo der ball tatsächlich auftrifft soll es ein paar mehr cracks geben und ein punkt hier unten und behält er hier eine ganze fläche sollte er normalerweise gehen wir mal auf tools cell fracture grease pencil einstellen damit er sich danach auch richtet nur 10 teile und auf der x-reihe wir wollen nach hinten die nicht mehr aufteilen da sollen keine schnitte entstehen machen wir auf x eine 0 und die anderen beiden auf 1 y und z auf 1 eine kleine rekursion von nur 15% etwa 0 1 5 und er soll die kleinen teile nochmal zertrümmern oder nochmal weiter rekursieren das sind eben diese wo wir so viele punkte gemacht haben und material natürlich 0 das ist ja dieses glasmaterial was wir eingestellt haben und hier können wir ruhig ein split edge machen von 0,001 ist ganz gut also das hat jedes teil den abstand von 0,001 blendereinheit und dann auf ok geht sehr schnell gehen wir mal auf ebene 2 hat er hier ganz gut gemacht hat er die ersten risse bekommen eigentlich um das jetzt wieder zu vereinigen müssen wir erstmal 1 mit shift gehalten und rechter maustaste auswählen dass es aktiv wird und dann STRG J alle wieder vereinen und mit M wieder zurück auf Ebene 1 schieben Ebene 1 wir müssen jetzt ja sehen dass wir den Drehpunkt den habe ich bei einer anderen Platte auch noch nicht verändert glaube ich doch habe ich gemacht glaube ich ja der ist jetzt hier bei der letzten Platte geblieben der origin Punkt gehen wir mal in Edit Mode für die Platte hier auf Punkt Select und wählen nur diese beiden unteren vorderen Punkte aus und mit Shift S bringen wir den Cursor genau in der Mitte zwischen die beiden Cursor Cursor to Selected ist er jetzt genau in der Mitte dann den Objektmodus zurück und Set Oregon to 3D Cursor dann hat er hier den Drehpunkt und kann mit R dann eben so gehen so das nenne ich auch gleich mal Risse gehen wir wieder auf Scheibe zurück wieder STRG 3 die hat ja noch den Grießpencil drauf der ist ja noch aktiv machen wir einfach nochmal ein paar Punkte dazu und D meinetwegen hier und hier und da und da und da und in der Mitte vielleicht noch einen dann gehen wir wieder auf Grießpencil Tools Zell fracture meine ich Entschuldigung machen hier vielleicht 16 Teile von lassen alle anderen Einstellungen so bestehen so dann hat er schon ein paar mehr Risse bekommen wieder eins mit Shift gehalten und rechter Maus das auswählen STRG J um die zu vereinigen und dann mit M wieder auf Ebene 1 zurück und auch hierfür nicht vergessen den Origin Punkt nach unten setzen in den Edit Mode gehen den Punkt und den Punkt anwählen Shift S Cursor to Selected Objekt Modus zurück mit der Tab Taste Set Origin to 3D Cursor so und jetzt haben alle drei Platten diesen Wert so dann richten wir mal die ersten Rigid Bodys ein das heißt erstmal mit Alt und H wieder alles andere sichtbar machen so dann fange ich mal mit dem Ball hier am besten an auf Physix vorher nochmal speichern File Save ein Active daraus machen daraus machen wir eine Sphäre dann rollt der besser als wenn er so einfach wegtrumpft eine volle Friction damit ihr auf diesem Brett ein bisschen Reibung bekommt und ins Rollen noch kommt und nicht einfach so runter rutscht und Bounciness auch auf volle Bounciness so den haben wir das Brett hier wo er drauf liegt machen wir ein Add Passive draus ähm da setzen wir nur die Sensitivity auf 0 Bounciness auch auf 0 soll ja nicht hier noch hüpfen oder so ne den Cube diesen Sockel Add nein nicht Active Add Passive da machen wir nur eine Bounciness von 0,5 etwa und ein Sicherheitsabstand von 0,01 und das Plan hier unten noch ein Add Passive da wieder eine volle Bounciness und auch ein Sicherheitsabstand von 0,01 so und dann nehmen wir uns mal die Scheibe vor achso die andere Scheibe nenne ich mal Reset 2 und die Scheibe nehmen wir uns mal vor den Grease Pencil können wir jetzt auch löschen n so da geben wir auch ein Add Active für die Scheibe und setzen hier auch einen kleinen Collision Margin rein von 0,01 auch das ist auch so ein Sicherheitsabstand wenn der Ball hier gegenfliegt werden werden die schon etwas früher ähm in Mitleidenschaft gezogen damit sie aber so lange da stehen bleiben bis der Ball da ist machen wir diese beiden Haken an und wir setzen ihn auf Ebene 2 damit hat er nichts mehr zu tun mit der nächsten Platte weil die ja direkt in ein anderer jetzt schon stehen würden die äh sich gegenseitig stören wir machen nämlich jetzt für Risse das gleiche Add Active den tun wir auf Collision Group 3 damit er nicht auf der gleichen Collision Group wie die andere ist auch hier 0,01 und er soll auch warten bis der Ball da ist und dann Risse 2 nochmal Add Active 0,01 Collision Group 4 und auf warten achso damit der Ball auch hier von diesen Platten ein bisschen abtrumpfen kann wenn die schon schräg stehen fällt er dann dadurch eben ein zweites Mal drauf geben wir den allen dreien auch eine kleine Bouncing von 0,3,5 etwa das hatte ich eben vergessen bei der Scheibe genauso 0,3,5 bei Risse auch 0,3,5 so wichtig ist jetzt dass Risse Risse 2 und Scheibe auf verschiedenen Collision Groups steht das heißt aber ja auch der Ball hat ja Collision Group 1 standardmäßig nur er würde auch mit diesen nichts zu tun haben er würde da einfach durchfliegen hat ja nichts mit denen zu tun er ist mit dem hier wieder weil der auch Collision Group 1 hat deswegen müssen wir den Ball alle Collision Groups geben die er beeinflussen soll eben diese drei Scheiben und diesen Plane hier unten genau das gleiche damit sie auch hier drauf stehen bleiben und nicht hier durchfallen genau das gleiche 4 Stück diesen brauchen wir das nicht geben weil hier sowieso wenn die Platte hier ist brechen wir das sowieso ab und machen dann ja die richtigen Brüche eigentlich so und wie man sieht der Ball fällt sehr langsam runter wer ist schon bei 60 oder 65 so gab es ja überhaupt nicht mal die Platte berührt so viel Zeit haben wir einfach nicht wie das Video das würde ja langweilig sein deswegen gebe ich hier mal auf den Szene Button und wir stellen die achso erstmal hier ganz wichtig das Video geht bis 300 sonst sind die Stücken die hier nachher durch die Gegend fliegen beruhigen sich einfach nicht mehr und hier natürlich auch bis 300 also den Cache für die Rigid Buddies auf 300 und hier das Videoende auch auf 300 so damit er ein bisschen schneller runter fällt machen wir hier mal die Gravitation ändern wir mal auf sagen wir mal minus 22 i und bei ungefähr 50 soll er schon seine normale Gravitation wieder haben minus 9.81 i so und wollen wir sehen wie das aussieht dann fällt er schneller runter und ist schon bei 40 oder so an der Platte ne sonst werden wir dafür einfach zu viel Zeit verplempern wir lassen das jetzt einfach einmal durchlaufen damit der Cache befüllt wird ja das springt eigentlich noch ein bisschen stark ab ne das müssen wir noch ein bisschen verändern hier diese beiden ich glaube ein bisschen weiter zurück hieran seht ihr immer ob der Cache wieder neu befüllt wird wird er jetzt ne ja da springt er schon drüber ne warum ist die eine Platte jetzt nicht mitgegangen weil er einfach zu hoch anspringt die beiden nochmal mit G etwas tiefer das muss man eben ausprobieren ja so sieht das ganz gut aus er titscht auf jeden Fall ein zweites Mal auf die Platte damit wir für die zweiten Risse dann auch so ein Alibi haben sonst würden die Risse ja so von selbst entstehen so dann gucken wir mal er hat jetzt diesen Gelb gemacht jetzt können wir das auch mal ungefähr bis zur Platte bis zum Tube wenn die Platten auf den Tube stoßen das ist schon zu weit ne lieber ein weniger wo es Risse 2 dann auch ungefähr gleich wo Scheibe ist ne ganz genau wird man das nicht aufeinander kriegen das ist einfach so allerdings kann man das nochmal versuchen wir müssen auch gucken hier wo unser Plane hier unten ist das ist hier durchgerutscht ne das ist schon mal nicht gut obwohl ich so einen kleinen Sicherheitsabstand gemacht habe jetzt müssen wir mal eben gucken auf Frame 1 zurück ob das Plane auch vielleicht zu tief zu weit schon in dem Dings drin steckt das sieht mir fast so aus ne also ich mach das Plane mal wähle ich mal an und mit GZ so einen kleinen ganz kleinen Luftraum lassen wenn wir aber auch gleich mal gucken wie der Cube dazu aussieht der kann noch ein bisschen höher ne GZ GZ manchmal auch mit Shift gehalten das machen wichtig ist ja für uns dass unsere Platten hier oberhalb des Planes bleiben und nicht hier rein sacken ne deswegen es kann sein dass sie sich deswegen jetzt auch getrennt haben denn normalerweise haben sie alle die gleichen Einstellungen wenn ihr das hier überhaupt nicht hinkriegt müssen wir wirklich nochmal gucken ob sie wirklich die gleichen Einstellungen haben Risse 2 auf einer anderen Collision Group ist wichtig 0,01 und die Dinger 0,35 Scheibe 0,35 0,00 ja und Risse ja eigentlich alles das gleiche nochmal probieren jetzt STRG S vielleicht mal ja jetzt bleiben sie besser oberhalb des Planes ne hat man ganz deutlich gesehen wir fahren jetzt einfach mal bis dahin 74 ist auf jeden Fall schon zu viel warum trennen die sich jetzt so das ist eigentlich nicht richtig aber sie bleiben oberhalb des Planes liegen das ist für mich am wichtigsten ne ob sie sich da so ein bisschen trennen das ist eigentlich im Video nicht zu sehen ne also wir gehen auf 73 und wählen die Scheibe an gehen auf Taste 7 mit Z in den Wireframe Modus und diese anderen Risse und Risse 2 blende ich mal aus und hier ist ja unser Cube unter unserer Sockel machen wir hier jetzt unseren Grießpencil rauf wieder Objekt New und dann mache ich mal gehe ich mal hier auf Grießpencil gehe ich mal auf Poly mache hier einen Punkt und da einen Punkt etwas entfernt halten und mit rechter Maustaste abbrechen und jetzt mit gehaltener D wir können aber auch hier auf Continuous drauf stellen und dann brauchen wir nur ein einziges Mal die D-Taste halten dann können wir sie loslassen und immer weiter malen mit linker Maustaste hier müssen jetzt ganz ganz viele hin das bereite ich mal jetzt vor und komme dann gleich wieder ne so ich habe jetzt hier schon mal neben dem Strich so eine Reihe gemacht oder zwei Reihen auf jeder Seite ganz eng beieinander liegend und dann eben nochmal etwas entfernt schon mal aber auch noch viele viele Punkte ich würde hier auch nicht zu sehr mit Strichen arbeiten diese vielleicht ein bisschen versetzt zu einander ne und auch ruhig mal über das Objekt hinaus gehen dann macht er nämlich bis dahin versucht er einen Cut zu machen das mache ich jetzt auch mal weiter und komme dann auch gleich wieder so sieht es bisher aus und jetzt natürlich hier ruhig nochmal ein paar Punkte zwischen damit es nicht ganz so gleichmäßig konform aussieht nochmal genau auf die Kante hier und hier genau das gleiche und hier genau das gleiche ein paar Punkte um die Ungleichmäßigkeit herzustellen praktisch und jetzt ist es wichtig dass wir die letzte Reihe hier ziemlich plan runter machen dass er nur bis dahin also fluchtrecht runter machen will ich damit sagen so und hier machen wir nur eins einen in die Mitte ungefähr und einen von da aus in die Mitte drei Punkte hin jetzt versucht er hier eine Kante zu ziehen sehr krommelig zwar aber und versucht hier von drei Teile zu machen es können auch mal vier werden aber das macht uns dann nichts aus geht er hier mal raus dann fügen wir unseren Zellfracture ein Tools Zellfracture diesmal 125 Teile na 125 auch ein neues von 0 diesmal müssen wir auf X wieder 1 eins einsetzen und auf Z dafür 0 damit er nicht dünne Scheiben daraus macht und die Rekursion machen wir auf 0 5 5 also 55 Prozent soll er nochmal rekursieren wieder die kleinen Teile soll er mit anfangen diese soll er nur rekursieren die hier lang laufen Material 0 und den setze ich mal auf 0 damit wir zuerst die Schnitte gar nicht sehen können beim Glas wird man sie natürlich immer ein bisschen sehen so und dann ok er macht jetzt hier seine Rekursion am meisten das soll er auch so schauen was er daraus gemacht hat Objekte 253 hat er gemacht ne praktisch das fast das Doppelte ja wo ist das Doppelte wie wir eingesetzt haben eigentlich so und jetzt haben wir hier schön da ist es wieder so ein schmales Teil noch entstanden das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so sehr aber lassen wir mal 1 2 3 4 größere Teile ne die können wir dann ganz zum Schluss nochmal zum runterfallen bewegen fangen wir mal hier mit an mit so einem kleinen Teil oder so einen ganz kleinen hier so gehen auf physics add active und hier wir sind ja schon da wo er zerbrechen soll auf 73 geben wir hier ein i drüber über die Dynamic da soll sie auch eingeschaltet werden die Collision machen wir auf 0,035 damit sie ein bisschen auseinander gesprengt werden i Bouncingness auf 0,035 auch damit sie nachher vom Plane ein bisschen abprallen so achso und diese Collision Margin die soll ein bisschen beibehalten werden etwa 10 Frames i und sagen wir mal bei 120 auf 0 damit sie sich auch wieder i sonst bleiben sie ja immer schwebend über dem Plane hängen ne also das würde ja immer der Abstand drauf bleiben dann gehen wir auf Rame 1 zurück und nehmen hier nochmal mit B ganz schmal erstmal ausziehen die dazu und jetzt nochmal mit C noch ein paar dazu hier ne dass das ungefähr so eine Reihe ergibt vor allem die kleinen noch kleineren sollten da gleich bei sein ja so sieht das glaube ich ganz gut aus mit rechter Maustaste abbrechen und dann Copy from Active jetzt haben alle die gleiche Physik aber diese Animationen hier die beiden sind hier noch nicht drauf deswegen mit STRG und L auch die auf die anderen bringen Animation Data Make Links to Animation Data so damit STRG und i die Auswahl umkehren und das ausgewählte jetzt mit M auf Ebene 3 schieben und auf Ebene 3 machen wir das gleiche fangen wir hier mit einem an Add Active am Anfang wir sind auf Frame 1 jetzt wieder Dynamic ausgeschaltet die setzen wir auf 0,025 kleiner als die andere also ne der andere hat bei 73 also eine Bouncing ist nicht vergessen 0,3,5 der andere hat auf 73 gestartet plus 6 sind 79 starten wir da wird die Dynamic eingeschaltet i i wieder ungefähr für 10 Frames das lassen kommt aber nicht genau drauf an i und wieder auf 120 auf 0 i nach vorne fahren mit B die dazu auswählen vielleicht noch mit C noch ein paar dazu ja die sollten eigentlich alle schon dabei sein ich möchte eigentlich jetzt nur diese 1 2 3 4 5 Teile sind es schon ich nehme den noch mit C dazu Copy from Active STRG L Animation Data und wieder STRG I die Auswahl umkehren und mit M diese Auswahl auf Ebene 4 schieben Ebene 4 wieder einen auswählen Add Active am Anfang wieder auf i College Marketing diesmal nur noch 0,0,15 ja dann machen wir 0,02 auch eine Bouncingness von 0,3,5 und der andere und der andere ist bei 79 plus 6 sind 85 startet der erst i i wieder für ein paar Frames diesen Abstand lassen i und ein bisschen später vielleicht auf 0 i wieder nach vorne fahren die anderen dazu auswählen B da ist noch ein kleiner geblieben ne Copy from Active STRG L Animation Data diesen kleinen hier den lösche ich mal einfach so der fehlt jetzt zwar hier drin irgendwo aber das wird man nicht sehen ne gehen wir mal auf 0 Z Frame 1 zurück File Save die fangen schon viel zu früh an hier Ebene 2 habe ich wahrscheinlich vergessen ja am Anfang den Haken rauszunehmen i Z in dem Wireframe Modus B STRG L Animation Data Z so das fällt jetzt alles so ziemlich schnell runter deswegen machen wir wir haben jetzt sind ja noch auf dieser Gravitation äh bei 50 hatten wir sie glaube ich auf 0,981 zurückgesetzt also 49 die halten wir auch bei bis 73 bis dieses Crash stattfindet i und bis das erste startet das ist ja bei 73 also das nächste bei 79 da setzen wir sie erst auf 0 i das behalten wir auch bei weil die letzten starten bei 85 plus ungefähr 30 die sollen ja nochmal hoch gewirbelt werden ja ich sag mal so 130 ja 130 können wir ruhig machen bis dahin soll es auf 0 bleiben und dann auf 230 etwa na 230 wieder auf die normale irdische Gravitation minus 9,81 und i nicht vergessen dann sieht das gleich ganz anders aus ja ich richte mal jetzt die Kamera ein weil das wichtig ist ähm am Anfang habe ich ja schon E-Log Road gemacht und sagen wir mal bei 95 soll das sich schon so hingedreht haben dass die Platte so darauf fällt aber ein bisschen so gekippt vielleicht i log road auf 180 noch weiter rum i log road und auf kurz vor ende wieder ein bisschen zurück und vielleicht mal so gekippt ne so auf die Glasplatten so gucken i log road jetzt müssen wir bloß noch den Fokus ein bisschen einstellen am Anfang 35 i hier könnt ihr schon auf 32 zurückgegangen sein i i hier glaube ich noch weiter auf 25 i hier können wir eigentlich wieder ein bisschen herangekommen sagen wir mal so 27 i müsst ihr dann genauer einstellen ne so und jetzt müssen wir eben warten bis die großen Platten ob die überhaupt noch hoch genug fliegen ach so uns stören natürlich noch die diese heilen Platten hier Scheibe Risse und so weiter die können wir ganz einfach dazu bringen dass sie überhaupt erstmal durch das plane einfach durchfällt im moment haben sie ja gar nichts damit zu tun weil sie auf einer anderen collision group liegen als die anderen teile alle aber damit sie hier einfach nicht so stören am anfang ein i und bei 73 wo der crash beginnt gar keine collision group mehr mit shift gehalten diese letzte wegnehmen i das gleiche für Risse bei 73 shift gehalten die letzte wegnehmen i der hatte risse 2 war das risse mit shift gehalten wegnehmen i und auf 1 nochmal zurück für Risse der hatte die collision group 3 i und risse 2 äh 4 i so dann würden die jetzt durch den Boden fallen ne weil auch das untere plane sie nicht mehr aufhält aber sie kommen nochmal hoch ne das würde man beim rendern natürlich sehen deswegen blenden wir sie auch aus ähm Scheibe zuerst mal blenden die mal alle wieder ein i i am anfang soll sie natürlich sichtbar sein jetzt müssen wir sehen wenn der Ball das erste mal an sie ran titscht würde ich mal sagen so 42 wird sie ausgeblendet i i dafür wird Risse eingeblendet i i und risse bleibt bis zum zweiten bounce das ist hier das risse weg i i risse 2 wird eingeblendet i i und risse 2 bleibt bis 73 wird dann auch ausgeblendet i i jetzt müssen wir nur nochmal ganz am anfang zurückfahren risse und risse 2 sind am anfang hier gar nicht sichtbar i i i i i ok jetzt sehen wir auch nichts mehr davon ne wenn sie jetzt bei 73 sind sie wirklich alle weg mir fallen diese platten wahrscheinlich diese großen noch nicht genügend steigen die noch nicht auf und fallen wieder runter schauen wir mal ja doch die fallen ganz schön weit runter aber die eine viel zu später als die andere ne deswegen es scheint also so zu sein dass der ball eine zu hohe bounciness noch hat wenn er hier zwei auf die platte fällt fällt auch auf diese schon rauf und drückt diese beiden runter und die nicht ne um das zu vermeiden kann man entweder jetzt den ball mittendrin eine andere bounciness geben aber das bringt nicht viel ne also was mir besser gefällt ist wenn wir auf ebene 4 gehen und hier mit create ein zylinder reingeben den wir auch gar nicht mit rendern den drehe ich mal mit rx90 schieben wir ihn hier unter schieben wir ihn auf 1 das war der cursor gerade da mit s y etwas länger als diese platten sind zusammen sind und mit s shift y ein bisschen dünner machen ne und den legen wir mal hier einfach muss ja natürlich noch oberhalb des planes liegen sonst fällt er selbst mit rein da würden die ja drauf bouncen deswegen geben wir dem auch ein 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 passiv erstmal ich mache versuch es mal mit hoher bounciness und wenig abstand eigentlich das ist schon zu viel 0,04 der liegt jetzt nur auf ebene 4 und beeinträchtigt natürlich auch irgendwann die anderen ist klar aber die sind ja nicht in seinem bereich jetzt am anfang jedenfalls nicht ne irgendwann schalten wir den einfach ab müssen wir mal sehen wie das jetzt aussieht bleiben die mehr auf einer höhe ne 0 mal geguckt wie gesagt den rendern wir einfach nicht mit jetzt wenn sie runter fallen das wäre bei ja aber 160 sag ich mal kann der abgeschaltet werden ne oder auch vorher schon auf 140 also machen wir ihm da lassen wir ihm auf ebene 1 i auf ebene sag ich schon auf collision group 1 und auf 140 keine collision group mehr i dann würden sie durch ihn durchfallen wieder ne jetzt fallen sie eigentlich ziemlich gleichmäßig runter ne weil der andere gar nicht so weit weg fliegt mehr weil er hier schon drauf gefallen ist und gehalten wird erstmal und dann runter fällt erst so das ist ganz gut eigentlich jetzt gucken wir mal lassen wir einmal durchlaufen einfach jetzt auf achten wann der erste runter fällt das wäre der hier gewesen ne dann sollen die anderen auch zerspringen das ist jetzt hier bei 170 genau kann man vielleicht noch ein frame wieder zurück gehen 169 gehen wir mal auf ebene 4 7 den hier blende ich mal aus den zylinder damit ihr das nicht mitbekommen was wir jetzt machen mit b alle auswählen dazu und mit n ach so nee was ich noch vergessen habe wir können diese jetzt nicht einfach mit dem cell fracture bearbeiten das liegt daran dass die überschüssige vertiges haben wir das liegt an dem das ist praktisch wie so ein edge split dieser add modifier edge split der wird beim cell fracture drauf gepackt damit die kanten nicht gerade werden ne den müssen wir jetzt hier wieder runter holen müssen wir jedes objekt einmal anwählen mit doppel a auswählen und dann hier auf tools hier unten remove doubles sieht man ja 20 überschüssige vertiges von dem teil alleine entfernt ne das müssen wir eben für alle machen mit a doppel a mal alles auswählen damit auch alles ausgewählt ist remove doubles hier genauso doppel a remove doubles und dennoch aa remove doubles waren die einzigen vier ne ja und jetzt hat er natürlich dadurch auch einen anderen origin punkt bekommen deswegen müssen wir es leider nochmal durchfahren lassen bevor wir jetzt kann sein dass er frames später oder früher runter fällt ne schauen wir nochmal er befüllt den cache nochmal neu sagen wir mal durchfahren lassen das ist immer wichtig die kugel sehe ich gerade dass man das rechtzeitig macht wenn man das gleich in die berechnung einfließt der geben wird am schluss dann doch nicht mehr die volle bounceiness ne wir haben hier die bounceiness noch auf 1 i das lassen wir aber ruhig mal so bis 220 so stehen i und schalten sie dann runter auf ich weiß nicht 025 oder so dass sie die nur noch wegrollen praktisch ne i jetzt nochmal gucken da hüpft sie noch einmal und dann rollt sie noch weg ne oder bleibt fast stehen kann man noch ein bisschen variieren ne so jetzt gucken wir mal wann die platten runter fallen das war schon zu weit ja schon ein bisschen mehr geworden ne also ich würde sagen 171 ne gehen wir auf Ebene 4 wählen 1 aus b n auf das Objekt ein Grießpencil die kriegt zwar nur das aktive Objekt jetzt aber wir können den trotzdem können den trotzdem alle zusammen zellfrakturen mit d jetzt die größen Objekte sollten auch die meisten Punkte bekommen einfach ganz einfaches Prinzip damit wir nicht zu große Teile behalten ne hier ruhig mal welche daneben setzen dann versucht ihr bis dahin zell zu fracturen und die größeren Objekte eben das sind ja diese drei hier das war ja sowieso nur so ein ganz schmales die sollten dann auch viel mehr Punkte bekommen als die kleineren so sagen wir mal so wenn das jetzt nicht geklappt hat dann müsst ihr das einfach nochmal machen ne Tools zellfrakture diesmal natürlich nicht mehr 125 sondern 120 auch auf z auf 0 und eine kleinere Rekursion vielleicht 0,15 wieder und diesmal sollen die großen Teile nochmal rekursiert werden falls jetzt große Teile übrig geblieben sollen die nochmal verkleinern ansonsten alles das gleiche achso hier können wir noch ein 0,003 eingeben ruhig dass sie schon ein bisschen weit auseinander stehen dann so und das hat er auf Ebene 5 gepackt so sehen sie hier glaube ich ganz gut aus ne auch diese hier die sind vielleicht ein bisschen klein geworden aber das macht hier auch nichts einen davon auswählen wir sind hier wie gesagt wieder schon auf Ebene 171 Add Active da kriegt er hier ein I Collision Margin diesmal ziemlich hoch 0,07 die sollen ja schon ziemlich weit auseinander fallen I wieder ein bisschen beibehalten I und auf 230 oder 25 oder so auf 0 I Bouncingness soll auch eine höhere haben 0,65 etwa sie noch weiter abprallen von dem Plane unten ach kein I das brauchen wir ja nicht machen und er soll auch erst hier bei 171 seine Collision Group überhaupt kriegen die 1 die die anderen alle haben ne und vorne wird das natürlich ausgeschaltet I und auch keine Collision Group am Anfang I sonst würde ja die anderen Teile ja alle stören die liegt ja schon mitten im Weg von denen ne so und dann mit B alle auswählen Copy from Active STRG L Animation Data und wollen wir mal sehen wie das aussieht Z 0 Frame 1 zurück ich gehe mal hier mit G und rechte Maustaste abbrechen dann befüllt man auf jeden Fall den Cache neu sie fallen, sie fallen, sie fallen und sie bleiben da liegen ne und das ist natürlich auch verkehrt wir müssen natürlich auch nochmal auf Ebene 4 zurück einen hiervon auswählen und ihm am Anfang die Collision Group 1 geben I auf 171 keine Collision Group mehr I dann fallen die durchs Plane durch und haben auf jeden Fall nichts mehr mit den anderen zu tun ne I und wir wollen auch die also besser ist es wenn man die Dynamic an dem Punkt auch nochmal ausschaltet wieder I dann bleiben sie einfach stehen so in der Luft aber das sehen wir ja nicht mehr im Video weil das bis dahin schon ausgeblendet ist Collision Group abschalten und bei 171 auch die Dynamic ausschalten nochmal zurück auf Frame 1 mit Set in Wireframe Modus mit B ruhig nochmal Copy from Active und STRG L Animation Data Z ja der eine fällt noch zu früh runter ne gut das müsst ihr natürlich jetzt hinfummeln das geht in diesem Video einfach nicht ich bin ja jetzt schon bei 60 Minuten knapp also sie müssen dann natürlich das kann man mit diesem Zylinder sehr gut variieren eigentlich wann wir den abschalten und wann nicht ne dadurch bleiben die alle ziemlich auf einer Höhe dieser fällt mir zu früh runter hier ne und die platzen viel später auf ne das kann man aber sehr gut variieren damit mit dem Zylinder zum Beispiel ja so sieht das dann aus vielleicht noch zum Rendern ein Wort also erstmal müssen wir jetzt hier wenn ihr damit zufrieden seid den Cache einmal machen free all bags, bake all dynamic dann ist es rot dann können wir auch hier irgendwo hin fahren ne und wenn wir das jetzt mal rendern ich habe jetzt hier 64 Render Samples drin dann sieht das eben so aus und wie man hier sieht zur Kamera hingeneigt sind die Kanten grün mehr oder weniger natürlich kommt hier auch immer Transmission mit durch ne das soll aber ja bei Glass auch so sein das sieht im Video ja gerade so gut aus bei den bewegten Teilen wir haben jetzt hier Frame 149 gerendert da sind die noch nicht zerbrochen ne bei 171 ja erst und die anderen Teile haben überhaupt nicht diese grüne Kante und so ist es genau richtig weil das ja ein kleineres Objekt ist kann man eben weiter durchschauen und man das liegt hier einfach an der Raylank ne die Raylank ist zu klein dass überhaupt das grün durchgestellt wird ne ok was wir noch machen müssen sind natürlich diese Glitzerpunkte die kriegen wir nicht einfach nur durch die Sonder jetzt ne wir müssen also noch Meshlights anlegen also das heißt Planes deswegen gehe ich mal auf Frame 1 zurück und bringe mit Create oder wir können erstmal die Kamera anwählen gehen wir auf 7 da ist unsere Kamera Shift S Cursor to Selected damit der Cursor hier in der Kamera ist und dann wir Create ein Plane das vergrößern wir mit S2 auf das Zweifache und jetzt müssen wir bloß aufpassen das Plane ist auf Ebene 5 gelandet weil das die letzte aktive Ebene war ne die Ebene 5 wird aber ja erst ganz spät mit gerendert erst ab 171 also darf es da nicht liegen bleiben sondern muss mit M auf Ebene 1 zurückgebracht werden ne weil die von Anfang an gerendert wird jetzt das Plane nochmal an der Kamera schon ein bisschen höher schieben mit GZ und zu den Platten hin mit R ungefähr wie die Kamera steht eigentlich schon so und hier auch mit R wie die Kamera so steht dem geben wir natürlich ein Material und zwar Emission auch hier wie gesagt darauf achten dann lass das ruhig auf 0,8 stehen alles statt auf 1 volle Weißkraft zu stellen das ergibt sofort mehr Fireflies ne eher vielleicht nochmal ein bisschen so wie die Kamera genau ist und eine Stärke von 5 hier nur wir wollen nur so ein Licht von Richtung Kamera haben damit das immer in Richtung Kamera bleibt mit GZ mal wieder ein bisschen hinter die Kamera auch und dann wählen wir das Plane dann haben wir ja schon mit rechter Maustest und Shift gehalten die Kamera dazu und STRG P Object das ist jetzt ein Object von der Kamera also ein Child und läuft jetzt mit unserer animierten Kamera immer mit und dadurch haben wir immer ein Licht aus Richtung Kamera auf diese auf dieses ganze Geschehen hier eigentlich ne noch ein Plane Create Plane das lassen wir auch in der gleichen Größe wie so Standardgröße eben und das bringen wir mit G genau gegenüber oder nicht ganz genau so mit G so mal auf Taste 1 das kann ruhig ein bisschen höher sein und mit R auch wieder dorthin auf Taste 7 mit R hier hin dieses Plane geben wir auch dem Material Emission auch wieder auf 0,8 alles aber ruhig eine Stärke von 12 ungefähr zwischen 10 und 12 etwa dieses Plane soll gegenüber der Kamera immer bleiben und sein Licht hier auf diese Glasteile werfen und zur Kamera reflektieren damit das immer gegenüber bleibt bringen wir mal ich wähle mal diesen Sockel an Shift S Cursor to Selected Achso das andere Plane ist wahrscheinlich auch wieder auf Ebene 5 gelandet da muss man drauf achten mit M auf Ebene 1 zurück ist ganz wichtig so am besten ich mach mal nur Ebene 1 an hier damit das alles hier auch landet der Cursor ist hier am Cube bringen wir mit Create ein Empty hier rein na wo ist das Empty da ziehen das mit GZ hier ist ein bisschen höher so so und jetzt wird das Empty ist angewählt dazu die Kamera mit Shift gehalten und STRG T Track to Constraint wenn wir jetzt mal auf Null gucken läuft unsere Kamera genauso wie wir sie animiert haben weiter aber dieses Empty dreht sich auch so wie die Kamera geneigt ist und wie sie fährt und dreht sich immer mit das sieht man auf wenn man auf 1 auf Top Front Auto steht besser es dreht sich immer mit wenn die Kamera gleich hochfährt dreht sich das kippt sich das auch ein bisschen mit und so weiter weil das ist jetzt das Schalt der Kamera praktisch so und dann wählen wir nochmal dieses an und als zweites das Empty und sagen STRG P machen daraus ein Objekt das ist jetzt ein Schalt von dem Empty und muss sich natürlich so mit drehen wie es von unserer Kamera gedreht wird wieder und dadurch wandern die wenn man auf 7 hier guckt sind die immer so gegenüber ich würde es auch nicht so ganz gegenüber machen also ich könnte es ja noch mit G hier weiter hinschieben dass es hier genau in die Kamera rein strahlt das würde ich nicht tun dann kriegen wir zu heftige Reflexe einfach aber so ist es ungefähr richtig und auf 1 gesehen kann es vielleicht noch ein bisschen tiefer aber eben mit R muss man es so in die Seite drehen sollte es schon R auch wirklich zum Glas hin spiegeln so und was wir jetzt sehen ist natürlich das Plane im Fenster dieses hier im Rendered würde das hier jetzt so einen hellen Fleck geben deswegen gehen wir nochmal in den Compositor auf das Material des Planes das haben wir hier wir sehen das hier immer noch mit Add Shader ein Mix Shader wieder hinzu Add Shader ein Transparenz Shader wir sehen es immer noch deswegen geben wir hier mit Add Input ein Light Path wieder hinzu und sagen ihm wenn die Kamera das Plane sieht ist Camera Ray dann soll es in transparent dargestellt werden nur und dann ist es hier nicht mehr zu sehen aber das Licht wird trotzdem ausgestrahlt das ist vorher passiert bevor das hier passiert ist das Licht schon auf den anderen Objekten und das ist ja das gute daran hier im Preview kann man es auch sehen es ist nicht zu sehen aber das Licht wird ausgestrahlt so und jetzt wollen wir mal sehen ob er das jetzt richtig macht gerendert habe ich das andere Video mit 128 Samples wo sind wir jetzt Performance habe ich schon auf 16x16 achso was wir noch haben wir können ja hier wenn ihr zu viele Fireflies im Monat habt könnte man den Clamp hier auf 0,98 stellen das empfehle ich aber nicht dann sehen wir überhaupt nichts mehr von unseren er macht das Bild sehr schnell sauber also er klammert sofort jedes überschüssige jeden überschüssigen Pixel der zu weiß ist den klammert er und bringt ihn aus dem Samples Ergebnis raus so und dann haben wir das Bild schnell sauber wir können noch weniger rendern dadurch aber wir kriegen überhaupt keine Reflektion mehr die nimmt er eben dadurch auch weg deswegen den auf 0 und was auch was bringt ist dieser Filter Glossy mal breiter hier Filter Glossy wenn ihr den bis 10 ist maximal ruhig auf 8 stellt dann klammert der das auch aber er hält uns die Reflektion weiter er hält uns die Reflektion weiterhin so und wenn wir jetzt mal achso was ganz wichtig wir müssen das die Ebenen ja noch richtig ein- und ausblenden am Anfang auf Ebene 1 alle bis auf Ebene 1 ausblenden also exkludieren die werden dann nicht mit gerendert auf 73 sollen sie alle mit gerendert werden bis auf die Ebene 5 wo die großen zerbrochenen Teile drauf liegen die auch noch nicht die werden ja erst auf 171 geben da wird die mit gerendert aber dafür die Ebene 4 nicht mehr wo die großen heilen Teile von der drauf liegen und dann funktioniert das hier im Preview sehen wir das natürlich alles noch wenn wir jetzt mal auf 200 fahren sind die zerbrochene Teile achso das Plane hier äh das Brett brauchen wir im Preview jetzt auch nicht mehr so rendern wir mal ich habe es jetzt immer noch auf 64 stehen aber auf 128 sollte man schon rendern Ränderergebnisse von 128 das mache ich mal eben und dann komme ich gleich nochmal wieder F12 so wie man hier sieht man sieht überhaupt keine Punkte weil ich die ja auch noch gar nicht eingegeben habe also keine Sterne sag ich mal Glitzersterne ah ne ok also in den Compositer habt ihr noch gar nicht hier eingerichtet Use Nodes Add Filter Glare den Streaks stellen wir auf High das gibt eine etwas bessere Qualität den Threshold lassen wir auf 1 dass er nicht zu weit weg strahlt vielleicht 6 Strahlen sollen entstehen und ein bisschen früher ausfaden auf 0,88 so so ein Maus hier drüber und Shift und Steuern galt und mit linker Maus das einmal klicken erhalten wird Viewer und deswegen auch Backdrop und dann macht uns eigentlich das letzte Bild zeigte er uns an so und jetzt haben wir diesen Stern schon ne weil wir jetzt noch nachträglich eingefügt haben haben wir hier einen kleinen Stern hier so ein kleines bisschen wenn ihr mehr haben wollt wenn ihr euch das manchmal zu wenig ist vielleicht über das ganze Video gesehen es soll ja aber ja eigentlich auch nur hin und wieder so ein Stern auftauchen aber wenn es manchmal wirklich zu wenig ist dann müsst ihr einfach wirklich diese das bringt sehr viel diese hier verändern diesen hier ne diese Achse hier ne noch ein bisschen weiter rüber bis er noch weiter zur Kamera strahlt wenn er die anstrahlt und reflektiert dann zur Kamera das ergibt diese weißen Punkte dann eben aber ich meine das ist eigentlich sogar schon ganz in Ordnung ne so was wir jetzt auch noch gesehen haben wenn ich nochmal wieder hier in den Composator gehe wir haben hier immer noch so grüne Teile wir sind bei der Frame was habe ich gerendert 204 also 100 vor Videoende wenn man das am Videoende nicht auch noch haben will weil ja doch noch ein paar große Teile da sind die dann immer noch die grüne Kante haben dann kann man das natürlich auch noch verändern ich mache mal hier Outliner auf Outliner wähle ich mal die Scheibe an so das ist ja das Material das Glasmaterial dann kann ich das natürlich immer noch verändern indem ich ihm immer noch sage über diesen Faktor hier fügt er mehr weiß oder grün zu da wo überhaupt grün entstehen soll fügt er nochmal weiß eventuell dazu da geben wir einfach mit Add Converter Mass einen Taschenrechner wieder dazwischen stellen ihn auch wieder auf Multiply und stellen ihn auf 1 das heißt also was hier errechnet wurde was hier in diesem Mix Shader eingegeben werden soll mal 1 ist das gleiche ne das ist eigentlich für das gesamte Video auf 1 gehen und hier ein i drauf und meinetwegen bei 250 bei 300 ist unser Video zu Ende kriegt er immer noch das i bleibt das bei 1 und kurz vor Videoende auf 295 vielleicht dann stellen wir den auf 0,1 i das sieht man schon eben eben war noch mehr grün da jetzt nicht mehr ne dann ist das grün praktisch eliminiert man kann das vielleicht noch auf 0,2 lassen dass noch ein kleines bisschen so ein Schimmer noch da ist muss man ausprobieren ok im Grunde genommen war es das ich hoffe es war von Interesse das ist ein ellenlanges Video geworden aber man kann es einfach nicht schneller erklären ok bis später bis zu meinem nächsten Video und tschüss und tschüss und tschüss